Das ist ja ein Vermessungsschiff. Aber sowas gibt es halt nicht. Was macht ihr da mit dem Schiff? Wir suchen von den Schiff. Ach, den Schiff. Ja, das ist die Fischkula von der BNL. Das haben wir schon gesehen. Wir suchen von den Schiff. Wir haben morgen hier eine Vorstellung, wo wir uns getrennen. Dann ziehen wir so ein Fisch hinter uns her. Der hat so ein Meter, sieben Meter. Der macht sieben Meter. Die Breite geht bis vier Meter unter den Grund. Und dann, wenn da was ist, Ausschläge kommt ein anderes Schiff mit Tauchrad. Sprengen oder wegräumen. Und wenn das Kabel ordentlich ist. Ja. Das ist das Kabel. Ja. Der Kabel ist vermeint. Ja. Die Breite geht ab. immer nur die Lacken dörfun. Ja, der ist sehr gut. Hahaha So 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 So